hallo liebe zuschauer ja da hinten ist die piti im pyjama und daher darf ich auch nicht viel näher rankommen aber ich wollte euch mal ein wenig auf dem laufenden bringen wie das mit dem grünzeug aussieht sie hatte also einige probleme mit tieren im boden mal gucken vielleicht kann ich so eins mal filmen was an die pflanzen rangegangen ist das wächst ganz gut also hier haben wir den salat das ist auch soweit okay da kommt auch schon was raus und hier auch und hier wächst es auch ganz gut ist richtig kleiner dschungel ja und die kennen ja auch von deutschland das sind tomaten da gehe ich davon aus dass ich bald da so ein gitter netz reinbauen muss damit die da hoch wachsen können und hier hinten auch der der animals in the ground you can show me also die handschuhe benutzen noch weiterhin nicht also naturkind ja das ist so ein kleiner zwischenbericht was im garten abgeht hier bei pt ja also ich weiß nicht was das ist not ermitt und sie meint also die die fressen an den wurzeln und daher wachsen die nicht so richtig aber ich bin jetzt kein großer fan jetzt hier noch mehr chemie einzusetzen okay bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal